Und ich muss nicht so... This must be translated. Ich so... Ich bin Showhammer. Keine Ahnung. Man hat keinen Sinn. Man muss mit J. Man muss mit Y. Keine Ahnung. Y heißt das. Yps. 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 Das ist Psychot, Alter. Ich bin voll bekloppt, Alter. Das ist ja Konzentration, weil wir Fernsehen Konzentration machen, weil ich nicht richtiger bin. Ich bin echt dumm, Alter. Y, Alter. Y hat keinen Sinn, das ist klar, Alter. Das habe ich nicht verstanden. Ich bin Betriebssicht, Alter. Ich so... Psylov, 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 Ich holt mich ja damit ab, Alter. Das Aktien interessieren mich nicht, Alter. Weißt du? Das soll Betriebstechnik machen, Alter. Du brauchst so kurz Zeit. Ich hab keinen Bock auf Yards, Alter. Wirklich, da steht Yards drin, Alter. In Betriebstechnik, Alter. Warum? Weil die Börse von unten nach oben geht, Alter. Von unten nach oben, Alter. Von unten nach unten, Alter. Wie Stinkebruder, Alter. Nein, nein. Da kriegst du schon Geld, Alter, in anderen Aktien, oder? Weil wir in der Lobby sind, oder? Wir sind ja in der Wirtschaftslobby, weil wir halten ja alle zusammen, ne? Dann weiß man nicht, was die Aktien kauft, Alter. Weißt du? Damit Geld gehalten wird, müssen alle Konzerne zusammenhalten. Die hab ich abgelesen, den Satz. Wirklich, Alter. Die haben das wirklich ausweich in den Kopf, Alter. Ich hab nicht mal nachgedacht. Genau, warte mal. Irgendwo durch den Kopf ging es vielleicht, aber vielleicht 20 Jahre nicht mal nachgedacht, oder gelesen, Alter. Vielleicht irgendwas gehört und nicht hingehört, Alter. Keine Ahnung. Die sind die Geist darüber, Alter. Wir reden schon über Symbolon, Alter. Oder... Zunomara, oder... Wir reden über... Zyron, Alter. Was ist Zyron, Alter? Zwei Arzt, Alter. Millionen? Zyron. Millionen? Und jetzt beginnt's, Alter. Sagen Sie manches Jahr nicht, Alter. Sagen Sie nicht 10 Jahren mal 10 Jahren. Das bringt mich aber weiter. Ich muss hier nicht durch, Alter. Ich will jetzt, dass die haben, die Arbeiter das, Alter. Weißt du? Die Ausbildung, die Ausbildung muss ich erhoben, Alter. Und sogar Sie sind Lehrer nicht, Alter. Sie kommen nicht drauf, Alter. Weil Sie sowas nicht vorstellen können, weißt du? Wir werden uns nicht schieben, wenn Sie Beziehungstechniker sind. Wir sind keine Beziehungstechniker, wir sind die Ausbilder. So. Und Sie wollen sich dann ausbilden, Alter, weißt du? Das macht die Ordner. Den Sie auch selbst beschreiben, Alter. Selbst bedrucken und selbst machen. Das ist jetzt Ihre Aufgabe. Sie müssen selbst ran. Sie müssen eine Firma gründen. Das ist so. Eine Firma. Also wenn ich jetzt hier eine Ruhe, muss ich ja noch eine Firma. Na gut, dann... Dann möchte ich natürlich im zweiten Lehrjahr, was ich schon Gedanken gemacht habe, weil ich schon Unterlagen habe, weißt du? Ich so. Nein! Sie machen einen Konzern. Das war jetzt. Sofort. Ich so. Soll ich jetzt die Ausbildung kaufen? Ausbildung? Ja, machen Sie sich Gedanken jetzt. Ich habe mir echt Gedanken gemacht. Ich so. Ich mache mir schon 20 Jahre Gedanken, wie ich Konzerne aufkaufe. Ich so. Mein Berufsmittrecher schickt mich irgendwo hin, Alter. Ich so. Kaufen Sie einen Konzern auf. Ich so. Als erstes ist mir aufgefallen, dass es eine Firma ist. Ich so. Ja, Mann. Was noch? Als erstes ist mir aufgefallen, dass es eine KG ist, Alter. Keine Ahnung. Kommandit, Alter. Kommandit-Gesellschaft. Ich so. Was noch? Ja. Dann habe ich gehört, das ist ein Kleinkonzern. Ein Mini-Konzern. Ich habe es als Mini-Konzern gezeichnet, Alter. Ich weiß nicht, welches das war, Alter. Keine Ahnung, Alter. Ich habe einen Mini-Konzern aufgekauft. Ich habe mir ein paar Schräger genannt, weißt du? Alter. So. Da finde ich mich nicht, Alter. Da finde ich mich nicht, Alter. Achso. Weil die 20 geschrieben hat, ja, Mini-Slogan ist, Alter. Also, mit Schatten gekauft und Gelko, Alter. Uh. Gut, 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 Alter. Keine Ahnung, Alter. Nachher die Aktie war auch, Alter. Ah. Okay, Alter. Das bin ich. Hahaha. So. Äh. Ja, seitdem habe ich auch gehört. Hahaha. Das ist jetzt hoch, Alter. Das kam so ruckartig aus meinem Gedächtnis, Alter. Ich bin richtig erfreut gerade. Zyko, Zyko Jobs, Alter. Hahaha. Ich bin eher Zyko Jobs-Kandidat. Hahaha. Ich habe voll gerne lacht, Alter. Warum? Weil ich mich mit 30 so sah, Alter. Gut, jetzt bin ich jetzt mit 36 gewesen. Aber ist egal, Alter. Man darf vielleicht mal lachen, Alter. Das ist aber nicht Betriebstechniker, Alter. Was hast du noch mal? Das ist doch Anlagentechnik. Oh. Ach, ich bin Betriebsanlagentechniker. Ist das verstanden, Alter. Ist das verstanden, Alter. Ich habe voll schon abbetrieben, Alter. Und so baue ich dann, Alter. Hahaha. Ach, duale Ausbildung. Stimmt, ja. Was heißt das denn, Anlagentechniker, Alter? Das ist Spezialfach, Alter. Ich bin ein Spezialfach, das ich selbst eine Fabrik schenkte, Alter. Wie soll das gehen, Alter? Ich Idiot, Alter. Ich habe falsch begonnen, Alter. Aber man kann die Platinen, Alter, bauen. Man kann die bauen und das, was auf dem Blatt steht, Alter, kann man als Elektrik umgebaut. Ich habe es Ihnen geschrieben. Ich habe es ja geplant. Aber das war so, schicken Sie sich durch, Alter, einem Energielektroniker. Der wird mitbeteiligt, ja. Dann habe ich geschrieben, ja, wie viel brauchen Sie denn im Betrieb? Ich so, wenn ich denen die Summe erreicht habe und die und die Summe plötzlich quatscht, dann kommt die Hinauung. Ich so, 2017. Sie haben das Energiesoll erreicht. Ich so, Klinganz? Ich so, nein. Ich so, das macht gar keinen Sinn, Alter. Ich so, bei der Deutsche Bank. Ich so, 2018, 2017, 2016, 2018. Ich so, jetzt haben Sie die Arbeiter. Wie viel sind es? Bis 2 Millionen, also. Energielektroniker. Also. Elektroniker. Techniker. Alles. So. Wo arbeiten die? Ja, die brauchen 16 Millionen Arbeiter, jeder. Erst gesagt, 100.000 Arbeiter, jeder. 200.000, nee, gerade. 2.400 Gruppen bis 6.800 Gruppen. Oh, jetzt, was, 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 was. Ich habe 6.800 Gruppen. Diese Betriebssichter sind bekloppt, Alter. Diese Betriebssichter sind, äh, okay, Entschuldigung, Fabriker, Alter. Ich bin kein Fabriker, Alter. Ich gebe es zu, Alter. Ich arbeite nicht in einer Fabrik, Alter. Ich bin Investor und Erfinder. Ich bin ein Erfinder und ein Erfinder. Ich bin ein Erfinder und ein Erfinder. Ich bin ein Erfinder und ein Erfinder. Ich bin ein Betriebssichter, also, ich bin ein Betriebssichter, im Sinne von, ich investiere mein Geld, verdiene mein Geld durch Investitionen und, na, ist egal, vielleicht bin ich Aktionist, Alter, Alter. Aktionist, Aktionist? Ich bin, genau, ich bin ein Aktionist, Alter, kein Aktionär. Ich muss ein bisschen langer gehen, Alter. Aktion, Aktionist, Aktionär. Ich hab bisher nicht gesprochen, Alter, meine deutsche Bank so richtig. Na gut, da hat keine Unterlagen gerechnet, aber es hat funktioniert, Alter. Wir hatten eh keine Zeit, Alter. Muss man sagen, Alter. Ich sehe nur Kurven, Alter. Na gut, weiter. Ich hab's wirklich gelernt, Kaufwirtschaft, mit Kaufwirtschaft ist es nicht, Alter. War bekannt, Alter. Ich hab 800.000 Bekannten, Alter. 60.000 Fabriken, Alter. Aber es ist nicht mein Besitz, Alter. War Besitz, ich hab mir Sandleber geschrieben, Alter. Besitz, 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 Besitz. Es ist egal, oder? Ist aber weniger, weniger als alles. ist ja nicht mein Besitz ist ja nicht mein Besitz also das ist das ist ich habe investiert und habe es mir aus Partnern hergeholt die Partner investieren in mich und kriegen etwas, indem sie etwas kaufen oder verkaufen das baut auf auf eine Entwicklung von 10 Jahren ich habe die werden arbeiten lassen und jetzt müssen sie sich aneinander treffen und ich habe mir Aufgaben gegeben, die ich lösen soll ich habe die Aufgaben, die ich bekommen habe, gelöst ich habe es so gemacht, dass ich eine Fabrikantenarbeit erlebt habe und schon waren wir eine AG das Ziel war es eine AG zu werden bis 2035 und die sahen es spätestens kommen und dann kam ich und dann sag ich eigentlich schon wir hätten eigentlich 2019 AG werden können aber ich wollte ich sah zu wenig also als ich als Betriebstechniker sah zu wenig ich sah zu wenig Geld und sah so wie die Fabrik da stand einfach zu wenig Ideen weil ich sah an den Zahlen dass die Zahlen zu klein waren die Kosten also die Kosten der Partner müssten erhöht werden weil die uns billig eingekauft haben dann haben wir unsere Arbeiter nicht gearbeitet die schlechten Arbeiter mussten raus weil die falsch eingestellt sind per Handwerk machen wir nicht wir machen keine Prototypen per Handwerk dann musste die Rotation erhöht werden wir machen eingestiegen ich bin mit 32 Jahren dass ich für die Wissenschaftler Universitäten und so weiter einfach diese Prototypen irgendwo als gelötete Vorzeigeprodukte einfach mal kopiert habe oder kopierähnliche das ist der Beruf von uns selber wir haben das alles durch gelernt wir müssen nur einen Arbeitsbogen nehmen die sind total Genies die sind alle genial ja hallo manche AG wie auch immer ihr heißt ein paar 30 Namen mehr mehr meine Ausbildung ist ja sehr peinlich Alter Moment Kommandit ist es nicht guck 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 wenn der redet Kinder dann mach du Fehler und deswegen musste ich vom Arbeitsplatz auf jeden Fall weg und wenn ich so Fehler mache ich bin so was wie ein Head Manager weißt du Head Manager aber ich bin kein Manager ich bin ein Investor I am not Manager I am Investor und ein Investor ich bin ein ein WG ein in WG das hat nichts mit dieser WG zu tun ein 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 so kommt das wort aber nicht zustande ich habe zwar jetzt gelehrt ihrer Universität das heißt investieren aber das istFALCH das ist komplett falsch das trifft gar nicht zu Das trifft dann nicht im Berufsordner, das ist nicht sowas, was die Universität lehrt. Also das sind zwei verschiedene Orte, das ist schon klar, aber der Text ist ganz anders, die Frau konnte es nicht, die wusste nix von... Ist klar, das ist halt eine Lehrerin, die weiß nix, Alter. Du musst in den Unterlagen schauen und dann wirst du was anderes feststellen. Wie gesagt, du kannst die Universität lernen, du kannst dich herbeiholen, aber... Ich hab keine Sprachfiele, ich muss das Wort tun, sind nicht investierender. Ich bin nicht dumm, ich arbeite wirklich professionell. Und natürlich sagt dir ein paar Wörter, ich suche mir ein paar Wörter aus, ich lasse mir Bilanz an, und kann auch Bilanzen lesen, auch wenn die nur Zahlen sind. Ich kann Bilanzen lesen, wenn ich nur Zahlen sehe. Ich versuche es langsam zu erkennen, dass ich Brokern voll leichter finde, und dass ich ein Genie bin in Brokern, weißt du? Das Brok ist nicht weiter als Schnittpunkte zu erkennen. Das ist doch der Job, allein ist der Job in der Geathronik, Schnittpunkte erkennen, Alter. Du musst zehn Stunden am Tag, Alter, nur Schnittpunkte erkennen, und dann dazu baust du elektronische Bauteile drumherum, Alter, und machst du Lösungen, du machst da Naturgesetze hinein, Alter, du führst da dein Leben hinein, Alter, du hast da aus irgendwo ne Logik, Alter, die schaltet, Alter, oder die Mehrheit schaltet, sogar die irgendwo Ströme einfängt, Alter, wie Ghostbusters, wo sie Ströme einfängt, Alter. Oder Energiemuster erzeugt, oder irgendwas, Alter. Davon haben wir selbst selbst entwickelte 250 Platinen, Alter, und dazu haben alle Wissenschaftler aus der Ausbildung heraus gesagt, ich investiere in euch, weil die haben mir Fördergelder gegeben. Na gut, ich konnte es nicht sagen meinen Eltern, aber ich habe keine Schulden gemacht damals. Ich habe nur gesagt, von 1.000 nehme ich halt nur ein, ja, und zwar nehme ich davon wieder 1.000. Ich habe mal sowas durchgedacht, dass ich dann halt nicht auf den Zeugnis gucke, sondern wirklich auf Arbeit. Also erst mal, du musst deine Erfindung haben. Ich habe gesagt, mit meiner Erfindung, dann habe ich Aufgaben für die anderen, die mussten sich interessieren wollen, gucken, ob ich arbeiten kann, wie ich ticke, wie ich funktioniere, wie ich denke, dann habe ich die Aufgaben für Partner gesucht. Dann habe ich festgestellt, die kleinen Partner bringen mir nichts, dann habe ich festgestellt, nach ungefähr, überhaupt permanent, da habe ich gesagt, wir haben uns nicht gleich in die Hightech-Branche eingestiegen, der Manze. Ich habe mit kleinen Partnern mit anderen Partnern festgestellt, das war Hightech-Branche, und dann habe ich gesagt, was für Hightech-Branche? Dann habe ich so für Manze Tesla Port, eigentlich jetzt Manze Tesla MTP, habe ich das entwickelt, aber das hat sie bis heute nicht realisiert. Die haben uns einfach in der Nase überreicht. Ja. Ich habe es gedacht, und dann telepathisch, das ist halt cool, und dann eigentlich das ist mein Gedanke. Weißt du? Ich habe es einfach in der Nase weitergereicht. Dann sollte die ESA weiterreicht und singen. Eigentlich hat das Manze Tesla Port nichts mit Tesla zu tun, neben dem elektronischen Auto, aber Tesla hat mich angeschrieben und wollte das in seinem Auto nutzen. Einfach das, was ich gebaut habe, eigentlich. Also meine Theorie. Wollte er nicht, sondern wollte mein Bauteil. Das spezielle Bauteil, was ich wirklich, also wie ein Handwerker so gefeilt habe, ja. Ich habe es nicht gefeilt, Alter. Man hat mit nichts zu tun, Alter. Egal, Alter. Natürlich muss man irgendwo ein Handwerk haben, also mein Handwerk ist tonig, Alter. Und deswegen, also ich muss immer sagen, diese komischen Tastfelder, die hatten wir schon, äh, also wir hatten, wir hatten diese Tastfelder auch im Jahr 2000, ne Quatsch, 1998 hatten wir diese Tastfelder, diese Händes haben, diese Tastfelder hatten wir schon, aber die waren, wir haben die primitiv genommen, wir haben die aus Plastik gemacht, aus Plastik, ja. damals waren sie aus, äh, die waren ein bisschen, das waren Druckkristall, also wir wollten einfach nur Druckkristall, einfach die, Druckkristall selber was angucken und haben primitive Sachen hergestellt, zum Beispiel, äh, Druckkristall für Groß, Großanlagen, so, 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 du hast hier rum, irgendwas mit Anlagen, Anlagen investieren, oder so, auch viele Anleger, also Anleger, ich, Anleger heißt, er liegt an, ähm, also, man, man muss auch was bauen, man muss was bauen, ne. Eigentlich war es ein Finderlad, das waren wirklich Ingenieure, Ingenieure, sie kaufen, das lügt er mich hier an, der Arsch, Alter, der ist kein Ingenieur, Ingenieure sind Leute, die, die ausdenken, oder, oder, der mich echt angelogen, Alter, das ist ein Schwein, Alter. Ingenieure sind Leute, die der lügt, der mich wirklich angelohnt das kann ja keiner von sein ich hab's doch gewusst, Alter und die beiden hatten hier eine Klappe, Alter und ich so, okay, Alter, sind wir keine Freunde, Alter kannst du mal vergessen, Alter Techniker Techniker sind, ich zähle nicht zu den Elektrotechnik also ich zähle nicht zu den Elektrotechnikern wo du mir erklärt, obwohl ich das nicht so sehe natürlich habe ich mit natürlich, wenn ich mit Elektronik zu tun habe, habe ich noch mit Elektrotechnikern zu tun, ne ich bin eigentlich als Schnittstelle, also elektronisch aber Energieelektronika ist ein falscher Ausdruck, das habe ich aber oft ich finde es ein bisschen anders, weil Energieelektronika ist kein also der Ausdruck ist der ist irrelevant eigentlich, ne, aber ich finde Energieelektronika es hat es hat was mit Energieinterferenzen Energiemuster Energie éhn Substanzen sozusagen Substanzen, Alter Energie äh raff 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 echt Energieprävanzen Energie subsiditiellen also wenn du das alles lernen würdest was du am Findern altleリ bist alles lernen kannst und wie viel Theorien es gibt und wieviele praktische wie viele wie viele Konzerte es gibt weil man muss sich vorstellen ich kann mit einem Billion Menschen zusammenarbeiten, die besten, größten, größten, größten Ingenieuren der Welt und dann habe ich mir halt, habe ich mir halt so, so Namen gemacht, bei den besten Billionen Ingenieuren und, ähm, ähm, ne, was ist das? Also, ich mach grad einen Witz, Alter, aber ich bin doch YouTuber. Also, da sind jetzt, du hast jetzt eine Billion, eine Billion Investitionsgehalten, ne, du musst einen Witz machen, ich wollte einen Witz machen für, für meine Abschlusszeugnis, du hast eine Billion Investitionsgehalten, suchst dir die besten Tausend raus, haben die gesagt, weißt du, so, dann kommt jetzt keine Idee, eine Trilliardensteigung, wird daraus eine Zilliardensteigung, daraus wird eine Zehntzilliardensteigung, ist so, Techniker meiden, heißt, meiden, ist so, 100, das muss falsch sein, damit haben wir eine Ausbildung, also das ist nicht so weiter als für Firma, ich hab erstmal erkannt, das sind Firmenstrukturen, das sind, das sind Kleinkonzerne, oder, oder das sind, äh, das sind, äh, Unternehmen, so, wie, so, so, ich, ich, ich hab damals gedacht, das sind sowas wie, ich wollte ablenken von den Wörtern, Firmen, Firmenfabrikationen, die, da ist ein langer Text kommt, es gibt keine Abkürzung dazu, du musst den Text durchlesen, du musst, du musst dich entscheiden, für was du dich einsetzt, das ist ja genau so, äh, der Text, da ist ein Text, das hat keine Überschrift, dann, geht's weiter, also das, das heißt, das heißt, man weiß eigentlich nichts von, also Firmen, Firmen, Firmen werden, haben vielleicht, keine Ahnung, 600 Ausdrücke, und das ist jeweils was ganz anderes, und jeder 600, dieser Ausdruck ist eine ganz andere Firmenbeschaffenheit, und sind ganz andere, ganz unterschiedlich, also es ist ja mal so, bei Firmen ist es noch überschaubar, und Konzern, bei Konzernen ist es so, du kannst, äh, du kannst, Konzernübergreifende Maßnahmen statt, also, Konzern, der hat mich echt, der wollte, du weißt nichts, der weiß nicht, das ist kein Firmenexper, das ist ein Firmenexperte, und kein, ich brauche Konzernexperten, ich wollte einen Multikonzern gründen, hat er dann gecheckt, dass er also sein, ich wollte einen Multikonzern gründen, äh, ich eigentlich, eigentlich habe ich schon vor, äh, das war von mir, ich habe es vorgegriffen, ich habe es im Jahr 2020, 2021 gesagt, wir greifen einfach darauf vor, ich habe jetzt keine Zeit, Alter, das muss nicht übersetzt werden, äh, dass wir mit den Partnern, dann haben wir uns die Partnern ausgesucht, das sind insgesamt, äh, also, von den, äh, das war mal, ich habe verschiedene Sachen ausgedrückt, äh, ich habe mich, aber, von 20.000, von 20.000 Partnern, äh, wäre das zu unüberschaubar, meinten die, also, meine, meine Arbeit, meine, Mitstreiter, ja, meine Mitstreiter, die mit Kollegen, das sind meine Kollegen, auf gleicher Ebene, und wir hatten, jeder von denen hat, prozentuale Investitionsbereitschaft, wie in den Stördienst, wie in den Stördienst, der, wenn sie sagt, da hast du Störung, ich greife ein, jedes Mal, wenn ich da bin, gibt es irgendwo, äh, das ist keine Stördienst, oder Stör, Stör, das ist ein Signal des Geldes, ich bin derjenige, der einen Besitz hat, und diesen Besitz, äh, habe ich in meiner Form, dass ich, dass ich investiert habe, von 2014, bis 2000, ich muss kurz fassen, bis 2022, in Fabriken, eigene Fabriken, meine eigenen Sachen, ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es durchgesetzt, das ist wirklich ein Fakt, ich habe insgesamt nur, 20.000 Fabriken fertig gekriegt, oder 8.000, oder beziehungsweise 2.700, komplette Fabriken, aber extrem riesig, mehr habe ich nicht, die, den Teil, des Aspektes, des Betriebstechnikers, meines Betriebs, mit meiner betriebswirtschaftlichen, Lenkung, bisher komplett einschließt, wobei ich, äh, insgesamt, den größten Teil, in Erfindungen, meiner Erfindungen, hinein investiere, und die haben mit, eine große Popularität, eine extrem hohe, ähm, nicht Ansehnlichkeit, anschau, und ich anschau, sondern, wie war das Wort, äh, äh, hohe, äh, anerkennung, nicht Anerkennung, mehr, mehr, höher, hohes Prestige, nicht Prestige, sondern noch höher, äh, hohe, Ansehnlichkeit, oder, hohe, auf, auf, äh, äh, aufwissel, wissel, wisselnz, aufwisselnz, okay, came back, came back to, to, to Betriebsdechnik, äh, aufwisselnz, wisselnz, äh, is maybe a word, which can you in English find, um, this is standard at my, uh, my, my high-tech, high-tech, sink, or, what I in the past do, and I have outdoor, making energy, energy, as I make with energy money, it is make, it make, it make, uh, it is making, energy fields, or, energy, interference, or, Pegel, it is intelligent, uh, sinking, energy, uh, electronic, or, uh, filtering, uh, uh, at some time I said, module, of, um, intelligent, electronic, which is filtering signals, I have product, finished products, 200, good, I was really shown, 156, and 25, 25 was already finished, that must be, and the 156, uh, can come, but they are really, fantastic, that's new for over two years, so, that will be, uh, extremely high, and this is what I make after this, after my, finishing job, uh, in, in the station where I'm working, was the month's special condense, that's a good call, it's, this, to make, invest 2% of my money, you can't, you can't speak about 2%, but I, 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 choice, there, 25% of win, that means, high, high, same high, same high, the, 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 the word is, same high, same high, you see, I have this job, and, uh, Anlagenbetriebstechnika, Anlagenbetriebstechnika, there's a, third word I have, and I'm really, afindisch, really afindisch, uh, but only, teile, is, parts, uh, parts, how's Wissenschaftler called, Wissenschaftler, Wissenschafts, 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 achso, ähm, es gibt eine Wissenschaftsklausel, die besagt, wenn man ein Besitzer ist, von Fabriken, geht man als Wissenschaftler, der seine eigenen Produkte herstellt, weil dann bist du Fabrikwissenschaftler, wer ist das denn als älter, also als besoffener, äh, Besitzer einer einer Firma, und dann siehst du so wie Penner aus, und bist hier, Alter, weil, weil du, weil du, weil du mit 30 Jahren, mit 40 Jahren eine, Fabrik aufbaust, Betriebs, äh, Anlagen, investierst, investierst in, Partnerschaften, äh, machst einer, ein Mini, Mini-Konzern auf, verlierst daran Zeit, warst zufrieden, plötzlich sagen die, sagen wir an, äh, 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 weiteres, ähm, Investition, zu starten, nach, zu der anderen Firma hin, die mich immer wieder, die mich immer wieder, antreibt, äh, dass ich, äh, leider da, ein bisschen verarscht wurde, und dass sie, dass diese, äh, äh, Jelko AG, äh, eigentlich, in meiner Erinnerung, soweit ich weiß, diese Platinen gebaut hat, da fehlten aber, einfach die Daten und, äh, Rückmeldungen, und wenn das nicht passiert, weil die Jelko AG, eigentlich, muss man das eigentlich, klar, klar sagen, das heißt, die Jelko Mans AG, äh, äh, ist eigentlich die AG, wie sie, wie sie heißt, sie hat den Namen, und man kann, da, kann es nachgucken, ich, äh, auf AG, äh, äh, richtig und so weiter, AG, oder wie man sie heißt, will es, gebe ich einen Fick, äh, das, das war, äh, das ist nicht das, was die, was die produzieren, oder was da später vermerkt wird, vermerkt nicht, sondern einfach nur, dass das, was er, was die Deutsche Bank dahin schrieb, auf dem Ort, und mit diesem Konzernberater, äh, eine Ausgliederung ist, eines Partners, und sie sollte da Werbung machen, und die Partner ist eine Selbstpartnerung, ist eine Selbstpartnerung, und ich habe eine Selbstpartnerung, äh, vollziert, und das Geld wurde bestimmt nicht, es wurde im Vitor erhoben, seitens meiner Arbeiter, und ich musste es nochmal, äh, quittieren, da brauche ich keine, großartige Bewaschung, der kroatische Staat hat da investiert, äh, leider habe ich da, meine Lizenzen, äh, äh, ausgegliedert, oder noch nicht verkauft, ich habe meine Lizenzen noch nicht verkauft, ich produziere einfach die Sachen, das ist immer jetzt nicht angekriegt, sondern andere, andere Sachen, ich produziere meine Sachen einfach ohne Lizenz, verkauf von meiner Seite, es ist mein, mein, mein Werk, und von den Lizenzen gibt es ein paar, äh, es sind keine Erfinders, das sind, das sind Prototypenhersteller, die sich in den Kopf gemacht haben, und da gibt es kein, äh, da gibt es keinen Lizenzkampf, äh, wir haben alle uns friedlich geeinigt, dass diese Lizenzvereinbarung, die beinhaltet, dass ich, äh, dass ich, sechs, acht Prozent der Lizenzen besitze, was ja klar schwachsinnig ist, was mir zeigt, dass das keine Betriebstechniker sind, äh, äh, aber, als Anlagentechniker schon begreifen sollen, wenn sie knicken und dann zu mir wachsen, und sich mir verkaufen, dass der Verkauf zu mir, obwohl ich investiere, und wieder zurückkaufe, natürlich diesen komischen, guten Borschküttel-Institut, ein bisschen lächerlich dastehen lässt, äh, 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 falls ihr euch da, äh, verhurt, gedanklich, und auf dem Weg zur Arbeit, der Arbeit ist, äh, bis vor, von der Bank, oder, oder wo ihr seid im Business, und ihr, äh, sagt da, Sachen irgendwo hinein, oder schreibt irgendwelche Sachen, die werden schon von eurem, äh, oder meinem, meiner Firma, oder meinem Konzern, auf jeden Fall, äh, also meiner, so man kann es sagen, die existiert, okay, ich hab nicht den Namen, ich hab nicht den Namen, äh, reingeschrieben, doch kann man meinen Namen nehmen, oder, eine Namenschenkung existiert nicht, der Name ist, wir haben Fingerabdruck, und das wisst ihr alle, weil ihr alle, natürlich keine Ahnung von Anliegen habt, habt, nur habt ihr Ahnung von, 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 von Betriebstechnik, oder Betriebswirtschaft, oder so wie eine Einzelhandelskauffrau, oder Kauffrau, irgendwo Anliegen haben, von Konzern, äh, Konzentriertheit, 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 Konzentration, oder, Konzentrierkonzern, ist ein Ausdruck, für Konzernierung, unsere Konzernierung, äh, ich muss sagen, ich hab da echt, äh, meinen Job sofort abgegeben, an einen, Betriebstechniker, der mich, äh, ich weiß nicht, worum es geht, ich hab meinen Job sofort abgegeben, an einen Betriebstechniker, der mich, äh, der mich, äh, vertritt, von Anfang an, immer wieder, ich hab immer wieder einen Betriebstechniker abgegeben, der mich vertritt, ein Betriebstechniker, ist ein, leitender Manager, äh, der sich Sachverstand, äh, Technik auskennt, deswegen heißt er Techniker, das sind Techniker, das sind Sachtechniker, ein technischer Betriebswirt, ich bin ein technischer, Betriebswirt.